Hallo Leute, ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit eurem Grafiktaschenrechner oder GTR eine Parabel gut darstellen könnt. Als erstes solltet ihr das Gerät einschalten. So, nun müsst ihr die Taste Y ist gleich, die sich auf diesem Modell links oben befindet, betätigen. Dort müsst ihr dann bei Y1 ist gleich eure Formel eingeben. Ich habe jetzt die Formel X hoch 2 minus 2X plus 1 ausgewählt. Da es eine gut darzustellende Parabel ist. Also, ich gebe nun die Formel ein. X hoch 2 minus 2X plus 1. Danach müsst ihr die Taste Graf betätigen, die sich bei mir rechts oben befindet. Wenn euch diese Parabel hier erscheint, müsst ihr die alles richtig gemacht haben. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Danke schön. Danke schön.